Wer jemals das Erlebnis einer Rheinfahrt, Rheinab oder Rheinauf, gehabt hat, wird es lange in der Erinnerung festhalten. Solch eine Fahrt ist der Wunschtraum ungezählter und die oft gesungene Frage, warum ist es am Rhein so schön, erhält hier ihre natürliche Antwort in der Überfülle bezaubernder Ausblicke auf landschaftliche und bauliche Köstlichkeiten. Schon seit 1844 gibt es im Rheintal eine Eisenbahn. Reizvoll ist die Streckenführung durch das enge Mittelrheintal. Bis zur Inbetriebnahme der Schnellfahrstrecke Köln-Frankrück am Main war die linke Rheinstrecke die wichtigste im Fernverkehr der DB. Die rechte Rheinstrecke von Köln bis nach Wiesbaden ist seit 1871 durchgängig befahrbar. Heute fahren rechtsrheinisch vorwiegend Güterzüge und Regionalbahnen. Begleiten Sie uns durch die Geschichte der beiden Rheinstrecken, die in historischen Szenen aus acht Jahrzehnten erzählt wird. Wir zeigen Ihnen den Betrieb in den 30er Jahren und nach dem Krieg vor der Elektrifizierung. Erleben Sie die Bundesbahn-Klassiker E40, E10 und 103 und natürlich den Betrieb heute. 58 Minuten lang werden Sie vom Eisenbahnmythos Rheintal gefangen sein.